Seitdem wir ein Kind haben, sehen wir die Welt mit neuen Augen. Auf einmal denkt man über andere Sachen nach. Wir mussten uns eine größere Wohnung suchen. Und da hat man schon ein paar Ansprüche. Damit es Max gut hat, wollten wir in eine schöne Umgebung. Mit vier grünen und tollen Freizeitangeboten. Dank der GWG hat das prima geklappt. Das hier ist unser Spielplatz, quasi direkt vor der Haustür. Hier kann er in sicherer Umgebung ausgelassen toben. Und die Kita? Die ist gleich um die Ecke. Aber bald kommt er in die Schule. Und danach vielleicht aufs Gymnasium? Apropos Schule. Wer hätte gedacht, dass wir uns bald entscheiden müssen? Hier im Wohngebiet gibt es fünf Schultypen. Von der Grundschule bis zum Gymnasium. Sogar eine Jena-Planschule. Das hier ist nur eine davon. Aber alle sind bequem mit dem Rad oder zu Fuß erreichbar. Weil ich beruflich viel unterwegs bin, ist es mir wichtig, kurze Wege zu haben. Mein Bahnhof ist zum Beispiel da vorne. Und meine Wohnung ist gleich da hinten. In meiner Freizeit bin ich viel mit dem Rad unterwegs. Ich treibe gern Sport. Da kann auch mal was passieren. Zum Glück ist hier gleich ein Ärztezentrum. Das ist nicht nur im Alter eine tolle Sache. Wir drei fühlen uns sehr wohl hier. Deshalb wohnen wir bei der GWG. 합니다. Wiring. 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 Untertitelung des ZDF, 2020